Habe ich da irgendwie so eine Falle ausgeb... Oh, wow! Oh! Komm her! Oh, ich wählte mal eine Schütze schonmal da. Oh, Diamond Boots. Iron Planet Scale Legends. Darkness Essence. Was soll immer das? Zombie Head und sowas alles. Arm nach oben. So. Okay. Arm mal dran tütteln hier. Hm. Nettes Fortress. Das heißt, wir müssen uns für Level um Level hier hochkämpfen. Haben wir hier Leder, sehr viele Fackeln und nochmal so ein Oak Shell. Die Fackeln waren schonmal sehr gut. Damit wir das nämlich hier alles besser ausleuchten. Oh! Haben wir hier einen Amboss. Amboss, den nehmen wir mal direkt mit. Oh! Hier ist nichts. Oh, guck mal an. Das ganze Essen haben wir hier gefunden. Ob ich mal das kochen sollte hier so? Komm. Ja, wir haben die Zeit. Während wir das hier erkunden. Komm, wir haben mal ein wenig. Währenddessen tue ich aber hier die Sachen rein. Cauldron, Redstone, das Chocopedia. Und die Bones, Gunpowder. Kommt von mir aus alles da rein. Genau wie Leder. Das würden wir... Das wird jetzt nicht so oft droppen. Ich hoffe, das... Druckt jetzt auch nicht so oft. Hier. Erhellen wir das hier mal so ein bisschen. So, zwei Schläge tot. Das ist ja schon mal was. Muss ich sagen. Da kann ich mich mit... Gerne herumschlagen. Okay, da ist was runtergefallen. Okay. Oh! Oh, Koffer. Jo, genau das, was ich mir gedacht habe. Okay. Oh. Komm her. Noch einer. Ja. Aber der hat hier noch nicht gar gerot. Oh. Hier. Schnell. So, was haben wir hier? Irgendwelche Windessenzen. Paff. Oh. Da bist du. Ich habe schon gewusst. Irgendwoher kommt doch jetzt hier einer. Hör ich doch. So, und was haben wir hier? Kohle, Gold, so. Okay. Gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. Oh. Wo kommst du denn her? Spawnt er denn hier? Ah, vielleicht ist ein Spawner in der Nähe und es spawnt halt unten drunter. Leder. Hier so die... Ah, ne, das bitte nicht. Hier so die ganzen Schätze, so die man eh nicht braucht. Das kann alles nach da hin. Ja, aber dann sind wir auch schon da, wo wir waren, ne? Da ist unser Grabstein. Guter Abend. Ja. Damit haben wir dann die Burg eigentlich voll erkundet. So, jetzt holen wir uns nur noch unser Hähnchen ab. Hähnchen war... Da, ne? Hop, hop, hop. So, jetzt müsste das, wenn ich mich nicht irre, hier sein oder ein höher? Genau, hier. Hähnchen abholen. So. Ja. Vielleicht holen wir... Vielleicht machen wir dann den einfachen Ausweg. Ich. See ya. Ah, da haben wir einen Glasturm. Ob wir da jetzt als nächstes hingehen sollten? So, eigentlich nicht, ne? Wir haben einen zerstörten Turm und einen Glas... Äh, so einen Eisturm. Problem bei einem Eisturm ist nur... Wenn wir da zu viel, äh, von den Fackeln machen, die wir natürlich machen müssen, um die Monster natürlich nicht, äh, spawnen lassen, schmilzt es. Oh, guck mal, Diamanten, die nehm ich zuerst mal mit. Hop. So. Wie viele Diamanten? Acht. Ne, durch diese Tore geh ich nicht, da hab ich noch ein bisschen Angst. Da haben wir auch noch einen Dungeon, hier haben wir einen Dungeon. Ah, die ist sogar noch ein bisschen aktiv hier. Diese kaputte Dungeon. Zumindest hat die zwei Spawner. Ein Bowl und sowas ein bisschen. Hop. Hop. Oben drauf hauen mit dem Hammer, sehr wichtig. Wenn wir seitlich hauen, wenn wir das hier weghauen. Okay, hier ist leer. Also das heißt, hier war schon einer vor uns. Diamanten rein. Den tun wir mal rein. Das hier rein. Stone Tool Rod. Woher ich auch immer die hab. So. Es wird dunkel. Wenn er ist natürlich nie gut. Oh. So. Mal sagen. Machen wir das einfach so. Gut. Da haben wir was. Oh. Ey. Ey, ach da. So. Oh, die fallen hier schon runter. Melonen federn. Ja. Das wird sich sogar noch. Das einigermaßen, was sich lohnt, noch mitzunehmen. Brauchen wir eigentlich fast nicht. Kartoffeln, Leder, Melonen. Oder ein Essen brauchen wir ja. 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 Ein Bogen kann da rein. Hey, haben wir wieder mal zwei von den Schu... Ich hasse diese Spinn-Spawner. Genau. Letztendlich passe ich diese Spinn-Spawner. Weil die Dinger immer da so hoch fliegen. wow, 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 wow. Oh, oh. Ist ja unsichtbar. Oh. Uff. Uff, 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 uff. Wir haben jetzt Wasseratmung. Schön, dass diese kleinen Frickl hier überall jetzt sind. Uff. Schau mal aus, bleib da, Spinnen. Arrows. Mehr nehme ich... Na doch, die Melonen nehme ich nur mit. Was haben wir denn da? Ha. Oh, oh. Komm her. Stirb. Stirb auch. Ja, genau. So wie ich das dachte. Oh. Wo kommst du denn rein her? Oh. Ich will hier raus. Blast of Web. Oh. Oh, da ist ja einer noch. Kommst du denn her eigentlich? Oh. Oh. Stone Shield. Ja, nehme ich. Diamond Shield. Bottle of Enchanting. Lawn. What the? Aber kommen mal die ganzen Sachen hier. Crystal Bow. Ja, sicher nehme ich den Crystal Bow. Oh. Dann hier. Wo nehme ich das Schild? Da ist das Schild-Symbol, oder? Ich glaube schon. Das Schild. Oh. Dann haben wir noch Bottle of Enchanting. Die Karotten. Oh. Oh. Man sieht aber, dass das hier schon ein bisschen anfängt zu schmelzen. Wow. Oh. Oh. Von mir aus gilt euch doch gegenseitig hier alle. Oh. Alle tot? Anscheinend schon. Eins. Zwei. Oh. Mann, ey. Hilfe. Hilfe. Okay. Dass die auch echt da runterfallen, ne? Boah. Fallen auch echt nur da runter, wo ich dann bin, ne? Ja gut, macht ja auch Sinn, ne? Und das Essen nehme ich mit. Sehr wichtig. Oh. Ganze Spinnen, die hier so ein bisschen verbuggt sind. Oh. Oh. Aber eigentlich nur sehr viel Glück gehabt. Also ich hätte eher gedacht, dass sehr, 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 sehr viele mehr hier spawnen, die dann diesen besonderen Namen und was, was ich nie was habe. Aber bisher haben wir ja eigentlich Glück gehabt. Oh. Enchanting, Enderpearls und diese Darkness Essence. Oh. Ja, das hätten wir noch mitnehmen können. Ah, das habe ich ganz vergessen. Hätten ganz einfach auch noch den Enchantment Table. Oh, guck mal. Ja, verteilt. Bulwark, Sprint, Weakness, Rust. Ja, das bleibt da unten. Au, 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 au. Au, 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 au. Bleib da. Äh, 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 hier. Hier, stirb, 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 stirb. Ah. Danke, dass du mir noch geholfen hast, hier mit dem zu gehen. Äh, 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 nicht aus dem Fenster, nicht aus dem Fenster hier. Äh, habe ich keine Lust drauf. So. Irgendwann ist hier wieder runtergefallen. Ich habe es gehört. Oh. Ist ja noch was runtergefallen. Oh. Oh, da bist du. Oh, einen schwarzen Rucksack. Da können wir dann noch mehr reinpacken. Und Lapis. Ja, stimmt. Let's weg. Oh, ein Diamond. Ah, guck mal. Oh. So ein bisschen die Sachen reintun. Äh, ja. Okay. Immerhin haben wir dann einiges an String wieder. Oh, okay. Ich sehe es schon da oben. Ist auch wieder einer mit so einem besonderen Namen. Ich hoffe, die macht nicht so Weakness oder Explosive. Ja, irgendwie sowas. Okay, Wizard-Effekt, wenn ich den schlage. Oh, super. Danke. Das ist ein Helmet. Ja, Freezerite Helmet. Äh. Zombies überall. Oh. Was macht der denn da? Oh, 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 oh. Hilfe, 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 Hilfe. Eine Plage von oben. Oh, Diamanten. Goldene Karotten, Gischelseeds und Emeralds. Oh. Oh, Emeralds. Wumst du denn her? Oh. Creeper. Stimmt, ich kann ja gar nicht ablocken. Oh, oh, oi, 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 oi Mein Gott, ist da fighten hier Oh, wo kommen sie denn hier? Ich glaube, die lernen alle hier den Effekt der Teleportation, ey Oh, 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 oh Okay, lass mich bitte hier runter Ich muss hier so schnell wie möglich raus Ich kann hier nicht bleiben Ich gucke mal Komm mal durch Komm mal, lass mich durch Hilfe, Hilfe Hilfe Oh, was ist das denn? Riftblade opens temporary ward Special attack attacks and rotates doors Legierbo, golden gescholl Okay Der wirft ja immer noch nach mir Hilfe Oh 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 Hör mal auf nach mir zu schießen Wo immer du bist, ey Nicht, dass das so irgendwelche Nachwehen nur sind, ey Oh, okay Jetzt hört man dann irgendwann mal in der, äh, sind wir in unserer ganz normalen Burg, sind so gerade am T-Ting und plötzlich hört man so, pfff, und da ist der Typ uns gefolgt, ey Aber das wäre schön, also das wäre, äh, zu schön, um wahr zu sein, äh, nicht zu schön, um wahr zu sein, dann wird dann uns alles kaputt machen, wollen wir ja nicht Unsere schöne Schmiede, die wir haben, die eh schon ein bisschen kaputt ist Soll ich den Grund auch immer, ja Zack 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 Ja, lobe mich auch Aber immerhin haben wir schon 120 Pfeile gefunden Puh Autsch Ciao Und wir haben den Crystal Ball Aber ich weiß nicht, welcher besser ist Der Legier Ball oder der Crystal Ball Aber der hat Power 1 Oh, da steht leider auch keine Stats dran Oh, wir haben wohl einen Äpfel gefunden Wie geil Ja Jetzt haben wir einiges hier Gibt's hier irgendetwas zum Kaputt machen in der Richtung Ne, also so Man weiß ja, ne Nehmen wir den hier rein Äh Ja, wir könnten bei uns unten in der Dungeon die züchten. Wenn du dich da schon anbietest, Dungeon, dann gerne. Ah, ich bin bekloppt. Soul Sand ist das. Hier habe ich ganz anders gedacht. Da haben wir ein bisschen Soul Sand eigentlich. Guck mal hier. Hier haben wir doch ein bisschen Platz noch. Da können wir doch so... Oh. Ja, allgemein, diese Bögen, die wir hier haben, die müssen wir mal alle zusammentun. Damit wir mal einen Bogen kreieren können. So, zack mit zack. Zack mit zack. Zack und zack. So, damit haben wir mindestens so einigermaßen einen Bogen zusammen. Oh, ein bisschen sortieren. Bottle of Enchanting. Jawohl, stimmt. Enchanting ist ja auch kein Problem. Das haben wir ja eh. So. Zack, der Boben. Zack, die Emeralds. Äh, genau. Haben wir hier noch was? Nein. Hier. Nein. Okay, keine Ahnung, was wir mit denen machen. Gushel Seeds weiß ich zwar. Wir haben hier noch keine Chocobos gesehen. Warteessenzen, Heißessenzen, Windessenzen. Knallert hier rein. Schneebel auch. Bring ja hier nichts anderes sonst. Äh, nanananananana. Zwei Chests haben wir. Ah ja, bestimmt, weil der eine dann so gewütet hat, alles kaputt gemacht hat. Also, gut. Äh, Equipment. Equipment. Äh, das war jetzt eher weniger Equipment. Eine Iron. Eine Stone Tool Rod. Hopp. Wie soll ich sagen? Die Tool Rod kommt hier rein, wo das alles andere halt eher ist. Kannst ja immer einschmelzen und dann rausholen. Also, das ist ja nicht das Problem. Kommt das hier rein. Das hier rein. Das hier rein. So, wir können jetzt ein Steinchen ein bisschen holen. So. Äh, Eisen, Gold. Hm. Da kommt Clay kommt hier rein. Gunpowder hier oben. Das ist auch eigentlich Loot. Mann, hier haben wir auch noch ein bisschen. Guck mal, hier haben wir auch noch Bögen. Wenn wir den Bogen hier noch haben. Hm. Guck mal, ein saubere Bogen haben wir jetzt. Was hier aber auch noch ein Bogen ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwann mal so die Sachen einzuschmelzen. Und um vielleicht so die Ressourcen wieder rauszubekommen. Das wäre natürlich sehr schön. Was denn? Dann machen wir das einfach nicht so. Wenn wir schon mal dabei sind. Können wir das auch machen. Dann haben wir nämlich hier auch mehr Platz. Unser Ausrüstungskiste. So. Ja, unnütze Kiste, unnütze Kiste. Drop Kiste. So. Einmal mehr. Jokopedia. Ausrüstung. Erze. Und diese besonderen Sachen hier wieder. Redstone. Äh, ne. Ender Pearls. Ender Pearls sind mehr Drops. Das ist ja alles zum Essen hier. Gut. Damit werden wir den Backpack schon mal leer. Dann hole ich schon mal den nächsten raus. Hier haben wir auch noch Sachen. Dann haben wir dieses Rift Plate. Das Rift Plate, das Besondere daran ist, dass man einfach einen Rechtsklick oder einen Rechtsklick da so ein Türchen machen kann und da durchgehen kann. Special Teleport Attack and Rotates Existing Doors. Also. Ne. Falls man Lust hat, kann man damit durch. Gut, dass wir sowas gefunden haben. Ne. Oh. Drops. Essence auf der anderen Seite. Man könnte jetzt hier reingehen. Ich gehe mal hier rein. Damit ihr ungefähr sieht, wie das ist. Aber hier ist anscheinend nichts. Oh. Jetzt warten, bis das hier ist. Oh. Habe ich mal. Oh, super. Ich habe natürlich meinen Rift Plate dann wieder weggetan. Ich Idiot. Ich hätte aber lieber einen Rift Plate holen können. So. Jetzt sind wir hier im Dunkeln. Müssen Angst haben. Könnten auch hier so krümelmäßig vor uns Sachen platzieren. Aber ich habe da zu viel Angst. Ich bleibe lieber hier, weil irgendwann mal verwandelt sich das wieder in eine Tür. Dann können wir wieder zurück. Oh. Ich will nicht mehr hier sein. Hilfe. So. Dann heißt es aber, wir können hier noch weiter gucken, was wir hier haben. Chokopedia-Fieler. Die können wir eigentlich alle weg tun. Die brauchen wir so. Eigentlich nicht. Finde ich. Vielleicht können wir hier eine Rift-Welt aufmachen. So eine Rift- Wie heißt der nochmal? So eine Rift-Welt und dann einfach da sozusagen unsere Wie heißt der nochmal? Unsere Kisten einlagern. Genau. Würde mich freuen, wenn ich hier wieder durch könnte. Ich hoffe, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so mache. Ich mach das mal. Yes. Ich bin immer noch da, wo ich bin. Ja, gut. Dann warten wir mal ab. Anscheinend ist das hier Oh. 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 Wurde es nicht. Wurde es nicht. Wurde es nicht. Wurde ich hier irgendwie schwarze Blöcke oder sowas? Nee, ne? Nee. Ist einfach das Materium, was ich hier kaputt mache. Oh je. Oh je, ich hab Angst. Ich hoffe, ich komme zurück. Äh. Ja. Und was sollen wir jetzt machen? Es ist schön. Es ist schön, dass wir jetzt hier so gefangen sind. Und eigentlich nichts machen können. Ich glaube, ich mach mal ganz kurz hier einen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn wir wieder zurück sind.